Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe Jim Snake von der Weile mal gefragt, ob ich auf das Spektakel beginnt, Best of 100 Special Stream von Chrissy, ob ich da reagieren darf. Ja, darf ich. Und lass jetzt einen Daumen hoch, ein Abo da. Und ja, ich sage, play. Erster Viertel vom Stream gibt es ein bisschen Horror. E.T., es ist vielleicht nicht unbedingt Horror, aber es ist schrecklich schlecht. Oh, Mensch, schön. Das ist gut gemacht. Ich sollte mein Handy in den Flugmodus stellen. Ah ja, Leire hat auf YouTube den Discord... Warte mal, ich... Warte... Nicht so schnell! Shit... Mua! Hammer! New Game! Und der Stream! Aua! Ja, jetzt geht ja nicht los. Miep! Es gab Auffällig, dass es so... Butter weich läuft, also... E.T.S.S.S.V. 1. Wem Mainz in Overwatch? Äh... Also, es kommt drauf an, wenn wir jetzt die, äh... PVE-Event spielen... Es kommt dann ganz drauf an... Ich denke Wahrscheinlich Hanzo dann. Hanzo oder Orisa? Hanzo oder Orisa? Baby, sind wir nicht da! Oh babyyyy... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh mein Gott. Oh, Baby! Und das war die erste Nacht. Das war schwer! Ja, Jim, es hat nichts Dreikuchen. Lieblingsessen, Brasil. Eichwurst Brsche. Ah, das macht Spaß. Sauce. Was wir heute noch frappe Archives zocken? Archives, archives. Er hat Trigger. Das passt jetzt gerade zu einer bestimmten Person. Ja, ich glaube, ich weiß, wen der meint. Was machst du für Musik? Also ich höre letzte Zeit wieder viel Hip-Hop, also so M-E-Lernen. Wie lange kennst du mich schon selbst? Also ihn per se schon... ...eine Jahre? Ich glaube, der Nightbot ist gecrafted. Das ist sehr vergessig. Ich stelle es weisse. Junst, der Film in 70 vergisst sein eigenes Alter. Ruhig wie möglich! Und der brüllt dann die ganze Galerie zusammen! Wo ist er? Herzlich willkommen zu Jungsnacken in seine Stimme! Äh, äh, wo ist er? Boah! Okay. Läuft gut! Geht zurück! Schießt! Nein! Hör ab! Hör ab! Hör ab! Hör ab! Hör ab! Nein! Nein! Freddy! Hör ab! Präsentiert von... Georg Stein! Moment! Hör ab! Hör ab! Mapp! 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 Das sah aber gleich wie das Stück! Schön aus! Das ist ein Schmari in der Schöne! Ich muss räupern, man... Oh, du tatschmaitalala! Merze! Hör ab! Oh, du tatschmaitalala! Hör ab! Hör ab! Wo ist mein Pring? Wieso spreche ich nicht mit dem? Hör ab! Nacht 4 ins dieser Location ist ziemlich schwer. Aber er weist ziemlich nah am Sieg. Mal schauen wie nah genau wie der Roller läuft. Ich weiß nicht, dass wir die Schöne sind. Okay! Aber fast geschafft! Fast geschafft! Die Nacht dauert 3 Minuten! Ja! Ich bin nur Horrorspieler. Meinst du jetzt im Streamer oder allgemein? Also auf YouTube? Will ich mich gerade bei Horrorspiel recht wohl? Ich mein Privat sage ja alles Mögliche. Wenn du alles Mögliche spielst, spielst du dann auch Barbie. Ja, ja, weiß schon. Also genau, wenn Freddy kommt, zuhalten. Warni kommt, darf ich mich glaub... Ähm... Wie war das? Ich glaub im Bett bleiben. Bei Chica ist nicht rühren. Und bei Faxi... Ich glaub wir müssen kurz anschauen. Ich glaube. Cool. Ja, das war zweimal antäuschen. Ja, ich bin dieser... In Köln. Ja, ich schläft genau, wenn Chica reinkommt. Ne... Ich warte, wahrscheinlich... Und ich... Ist das so... Wie ist das so... Genau, genau. Genau, genau. Wenn ich Freddy auf der Cam seh... Seh... Wenn ich Freddy auf der Cam... Wolf Faxi... Also... Hi! Shut the fuck up! Eigentlich wollte ich normalerweise... Vor dem Stream noch gucken, wegen E.T. Was ich zum Geier-Normalen-Dippspiel machen soll. Ich hab's nämlich... Ich hab nämlich keine einzige Ahnung, was ich da tun soll. Und ich hab's verschwitzt nachzuschauen, was ich tun soll. Das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. He... 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 Ich schau... Ob ich ich überhaupt mal in E.T war gefalle. Hello... Ne, lass mal. Ha-ha, bin da nicht so für. Also... Ne, lass mal, ich bin da nicht so für. Er sagt, Hallo? Ne, lass mal, ich bin da nicht so für. E.T. auf dem Atari 2600. Hallo da. Hoch, 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 hoch. Ah, da ist ein Teil. Das ist eine Blumen. Ich mach Fortschritte, ich weiß endlich mal, was ich da machen muss. Ich weiß endlich, was ich machen muss. Bum, bum, bum. Ah! Und das unten mit den 7000 ist es die eine... Boah, Alter, hey. Ich mag immer Atari, aber das Spiel ist... ...ist... Game over. Red Tree, yes. Wie er geguckt hat. Jetzt habe ich zumindest die Mechanik kapiert, bis du aus dem Loch wieder rauskommst. Are you sure about that? Bill, da ist ein Haus. Kann ich telefonieren? Hello? Hallo, wie verrückt jemand? Ah! Er ist jetzt Pitfall gewesen, oder wer ist Hero gewesen? Da könnte ich locker 45 Minuten füllen. E.T. ist... Oh, okay, es war... Ich hab sogar... Das... Warum sind wir noch hier? Um zu Ihnen zuf archrieren. mirohe 毎 Mittag kann ich meinen Schlag spürzen. Bum, um zu kühlen. Müsst du es vertrauen, wenn der Schnau... Ja, es war nie so lange. Müsst du es korrekt sagen. Wenn der ist... Schnauze James! In Raylife gemeint ist. Wicht lange nuevo. Äh, was ist das Gegenteil von Reformhaus? Dreh hinter mich auf. Keine Ahnung wo die ist. Toll. Ihr habt mich gleich so wieder. Toll. Und da ist die Bläernfalle. Die Bläernfalle, ja, da blä ich auch gleich. Was ist das für eine Lache? Oh, nice. Ich hab den Weapon-Kick, jetzt ist Brandy am Arsch. Er würde sagen, da am Arsch. Ist der Livestream live? Ja. Ja. Womit kann man Berge glätten? Mit dem Hügeleisen. Mit dem Bügeleisen. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Was kann man... Ich bin nicht da. Jetzt kommt Werbung. Mit was kann man Bügeglätten? Mit Bügeleisen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Du bist da. Und jetzt kommst du wieder da. Du bist da. Also. Schau. Look at this dude. Das war ein Glitch. Möööööwe! To be continued. So. Spiel! Hallo Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü sieh sieh sein war heute Mal können sie vielleicht Du Jetzt kommt jetzt ... mit ... und im Overwatch. Yee! Person passet. Respekt. Eine gewisse Person hat immer wieder gefragt, ob ich es doch mal spielen will. Eine gewisse Person, die auch gerade mitredet. Ich weiß nicht, wie du meinst. Ich weiß auch nicht. Er fängt so mit C an. Hört mich riesig aus. Wow! Und das war die erste Mission. Das hört sich im Englisch so viel cooler an als im Deutsch. Du doch was! Im Englisch hört sich viel aggressiver an. Vor allem wie Bob nachher gestampft kommt. Ich bin Oxy. Ja, Memo. Ey, du bist Donkey Kong aus der Zukunft. Ich bin Mecker Donkey Kong. Meckerst du dann auch so viel? Ich bin lieber am Gewinnsten. Ey, du hast es rausgefordert. Du hast es rausgefordert! Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Ich verspöre dich. Ich bin eine Biene. Ich verspöre dich. Wir haben jetzt eine Frage. Ja? Ich bin so cool. Mini! Ha 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 ha! Null! Eliminiert! Oh mein Gott! Das ist fantastisch! Hi! 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 Mit 6 HP! Mit 6 HP! Mit 6 HP! Jesus! Ja, bist du 30? 31! 31! 30! Hallo, unser Ball! Also noch 10 Minuten... Oberwatscht! Oberwatschen! Eine Oberwatsch! Eine Oberwatschen! Oh Gott! Eine Oberwatschen! magical jokes! Ich sass mal gerade um den Kopf zu glasses. Da gibts bestimmt was!? Vielleicht von Razio vomiting. Ach, das ist er лиb! Hey, wir haben 179 Zuschauer bei UNO. Viele wollen einfach die Arsrunden sehen! Wir wollen uns leiden sehen! Das ist ein Spiel, ich mag nicht. Äh, bist du schon mal ausgerastet? Ja, privat. Wir spielen, bestimmt. Äh, Demon's Souls! Willst du mir was sagen, Chrissy? Ne, ne, ne. Achso, ne, ne, ne! I won't go drink coffee, but if my mom can find out... Äh, äh... Ähm, bin grad verwirrt. Achso, das war gar nicht! Ich! Doch, du warst dran! Ich, oder? Ja, du hättest Karten auswählen müssen. Sagt es mir doch einer! Sei doch einfach im Spiel! Ich bin ja im Spiel! Sag mal den Witz, was sagt dein Bäcker zum Lehrling? Äh, ich... Null. Ne, äh, äh... Null! Chrissy? Ja? Ich mag dich nicht mehr. Aja, du mich auch. Hahahaha... Ja aber deswegen musst du mich auch jetzt nicht dringen, weiter zu spielen. Ja, dich mag ich halt auch nicht mehr! Komme, über die... Äh... Äh, okay! Ich will jetzt auch nichts schlechtes sagen. Ich meine, die Likegans sind auch nicht schlecht von einem. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööyg üllt Bruno mit Hass? Mein Auto... Hahaha... licherweise... Scheiße, mir geht's gutn dir. Hahahaha... Ich pass damit. the-the-le-hm... Lass das nicht, siehst du? Ja! Ich weiß genau, was du sagst, weißt du? Genau, drehen Sie vor, den ich bei Augen Ja, da kam es grad sehr spät an bei mir Da kam es grad echt spät bei mir an Was ist gelb? Und schwimmt auf dem See? Schliebger! Bagger Wünsche dir einen guten Stream und eine gute Nacht Michelle wünsche dir auch Nein, ich lebe ab Also, die Karte Du lebst ab, okay, gut Ich hab's auch von dir Ich mag euch nicht mehr Ich krieg schon halber Tränen, ey Ich krieg schon halber Tränen Ich krieg schon halber Tränen Das ist so ein Arsch, ey Nein Hallo, hört mal Wow Nicht so extrem laut Ich kann grad nicht, aber warte mal Ich krieg schon halber Tränen in den Augen grad Oh So, hier So, hier Das hat sie gewonnen Warum hab ich so nen Lachflash grad? Warum hab ich so nen Lachflash grad? Ich hab keine Ahnung Warum hab ich so nen Lachflash grad? Oh 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 mein Oh Oh So, jetzt ist mein Nein Hulu Oh Leute Schon ne Weile zockt Oh Das war Das war ein Reflex, ey Ich kann nicht hinlegen Dann steh auf Dann bleib stehen Ja, warte, die Klinikasse musste sitzen Ja, warte, die Klinikasse musste sitzen Ja, warte Ah Kein Spam Keine Planung Kein Backstay Gaming Nicht ungefolgt, nichts passiert Kein Spoiler Keine Einwerbung Ja, das waren meine Brrrrraap Bruce Jetzt soll ich jetzt grad im Augenwinkel noch sehen Dass ich ja eigentlich dran war Das war nur bayerisch, dafür ist mein bayerisch nicht tief genug Dann fällst du ein Niveau Und heute sie für sie das Niveau Machst du Content Freddy? Ja Wie bitte? Dann fällst du ausgesagt Ah ja, wieder zurück Aber dann, der geht wieder ein Der fällst zusammen, wie so ein Kartenhaus Dann fällst du aus, machen wir so ein Kartenhaus Er ist doch ungeheb Denkst du, du würdest es schaffen, einen zwei Stunden ohne Pause? Nee, niemals Also ich würde gleich auf dem Klo streamen Dann, ja Das war ja Du würdest einen zwölf Stunden Stream durchschaffen Nö, ich würde direkt auf dem Klo sitzen Karpf Karpf Wann kommt der Klo-Stream? Den nenn ich den Schüssel-Stream Tschüss Klo-Tschüss Hatsch 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 Drei Klo-Tschüss Drei Jedes Mal, wenn mein Router ausgeht. Lass mich, wir trinken! Wir sind auf Grund gelaufen! Da gibt's keinen Grund mehr! Ich hab keine Ahnung, was ich sagen wollte. Wo bleibst du eigentlich, Stefan? Ich rolle. In mein Verderben. Ich habe schon ein bisschen was geplant. Also, ich hab ein bisschen was geplant. Jetzt bin ich gerade am Trinken, bin du verdammt normal! Wo geht's denn überhaupt lang? Keine Ahnung, aber ich bin nicht da. Keine Ahnung, aber ich weiß es nicht. Das ist auch schon Sinn. Keine Ahnung, aber ich weiß es nicht. Das ist auch so eine Aussage. Keine Ahnung, aber ich weiß es nicht. Wo muss ich da lang eigentlich? Ins Ziel. Ich bin schockiert. Ich hab doch gar nichts gemacht! Ich habe doch gar nichts gemacht! Ich bin zu. Es ist ziemlich schockiert. Ich bin zu. Ich bin zu. Ich bin zu. Ich bin zu. Ja, es ist echt! Riesen-sack! Ich, wenn du jetzt sind. Jetzt geht es小eschf! Nein! Es ist joe Zeit! Paar! Ha! Ja, ein Paar und wir sind auf einem Chip! Paar! Du Nein, nein! 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 Was ist denn mit Carsten los? Oh nein, bitte hör auf damit. Du weißt mehr als ich? Ja. Was ist denn mit Carsten los? Yes! Was bei mir ist der Ton weg? Was? Beim ZEV. Nein! Das ist so ein Arsch, ey! Das ist echt so ein Arsch! Wer hast du bei all den Spasics am meisten? Scheiße. Nein! Nein! German Snake und Wario. See no difference. What the f*** is that? Ist ja gut! Ist ja gut! Magst du Steak mit Kottobutter? Ja! Definitiv! Ah, wo bin ich jetzt? Nicht in Boohoo! Äh, ja Boo. Boohoo ist der andere. Das ist das gleiche. Wer würde noch machen, wenn der Master Gaming mit dem Zoom einstift? Das kann nicht passen. Keine Ahnung. Wieso spürst du dich online? Mock nicht. Let's go! Ah. Ranger. Da. 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 10 Euro für dieses Auto. Viel beim Spenden. Voll leise. Wie viele Snakes hast du? Weiß gar nichts. Abwechschreibe. Kurz vor zum Spaß. Wow, ich habe null Snakes gesammelt. I'm rich. Bis um 13.20. Ich lasse die Musik, by the way, kurz an. Also, beziehungsweise nicht. Muss er umstecken. Null. Bäm, 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 bäm. Also das ist richtig old school. Bear Hugga. Jetzt wird's... Bärig. Stop it. Get some help. And his name is... Snakesina. Wir haben es geschafft. Hey, 4 Uhr. 2 Stunden Stream. Ich fand den Stream geil. Der war wieder richtig gut. Ich meine, allein die Uno-Runde, weißt du? War richtig, richtig geil, wenn wir drei Stunden streamen. Bin ich stolz auf euch. Wirklich, ich bin echt stolz auf euch. Für jeden Einzelnen bin ich stolz. Echt, man, ihr seid eine verdammt coole Community. Macht gern für euch Videos. Und es war echt ein verdammt geiler Stream. Und es war der Falsche. Ich hab da gar nicht drauf. Bitte. Hier rein. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch. Ein Auto da. Und dann sehen wir uns mal morgen wieder. Bis dahin. H3. Also Leute, vielen Dank. Bis dahin. H3. Ciao. Leute. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017